meine wunderschöne frau marie antoniet lag zwölf stunden in schmerzhaften wehen es waren so viele leute in ihrem geburtsraum ellbogen an ellbogen manche kletterten auf die tische um besser sehen zu können die luft war heiß und stickig meine frau fiel in ohnmacht der arzt verpasste er einen schnitt damit sie adern lassen konnte ich bin fast zwei meter groß starker typ und ich riss die verrammelten fenster mit großer wucht auf für frische luft meine frau gebar unser kleines prezioses baby wir nannten sie maria theresa nach ihrer österreichischen großmutter ihr offizieller name ist madame royale meine frau ist froh dass sie ein mädchen gebar da baby jungen staats eigentum sind ich fühle mich sehr stolz das tedium wird immer noch gesungen